Obwohl der heilige Nikolaus kommt ja gar nichts mehr. Bei uns ist noch der heilige Nikolaus gekommen und der Knecht Rupprecht. Mittlerweile kommt der Weihnachtsmann. Wenn immer vor der Tür steht, ho ho ho, das Kind macht auf, der Oberpfälzer ist da. Ein Tag später hängt er aufgeknüpft am Haus. Neben der Weihnachtsbeleuchtung. Ist ja auch sowas mit dieser Weihnachtsbeleuchtung. Obwohl das ist schon ziemlich der Endspurt. Vor Weihnachtszeit geht ja eigentlich schon im September los. Wenn diese Läppkuchen schon ausliehen in die Supermärkte, kam es ins Grillfleisch fort. Läppkuchen. Und dann kommen dann die Leute, dass es sowas hätte es früher nicht gäbe. Läppkuchen im September. Wir nehmen mal eine Packung mit. Es ist ja. Aber ganz komische Zeit. Läppkuchen federweise. Scheißerei. Es ist ja. Ja, aber da geht schon los. Da gibt es ja schon Adventskalender im September. Du brauchst drei Stück bis Heiligabend. Obwohl es heißt gar nichts mehr Adventskalender. Es heißt jetzt Weihnachts-Countdown-Kalender. Ja, hör mir auf. Also wenn der Erste zum Adventskranz Ring of Fire sagst. Dann ist es bei mir fertig. Ich kämpfe mir sowieso meinen Adventskalender, Kevin. Mein Heiligabend. Der ist am billigsten. Kannst alle natürlich gleichzeitig aufmachen. Schokolade rausfress. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank.